Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Zeitenwende 2020, diesmal Fragen und Antworten. Virtuell zugeschaltet ist wieder Dr. Christoph Niederwieser, Astrologe, Zukunftsforscher und Wirtschaftswissenschaftler. Herzlich Willkommen, lieber Christoph, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo zusammen, danke euch fürs Zuschauen. Unser erstes Interview hat ja ein enormes Echo gefunden und wir haben uns beide sehr gefreut, dass unsere Idee, die momentane Krise vor dem Hintergrund großer Zeitzyklen einzuordnen, so gut angekommen ist. In vielen anderen Podcasts geht es ja immer darum, wie gehen wir jetzt damit um und wie entwickeln sich die nächsten Wochen und Monate. Aber ich finde es toll, dass sich so viele Menschen für den Aufbruch in die Zukunft interessieren. Und dieses Gespräch hat auch viele Fragen aufgeworfen und es haben sich sehr interessante Diskussionen ergeben hier unter dem Video. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt ein Update und da gehen wir auf diese Fragen und Themen ein. Und die Fragen haben wir ein bisschen thematisch gruppiert, denn bestimmte Themen sind immer wieder aufgekommen. Vor allem ein Themenkomplex scheint euch besonders zu interessieren, nämlich, was bedeutet die Zeitenwende für unser soziales und physisches Miteinander, für soziale Berufe, für physische Berufe, also praktisch für alles, was man nicht digitalisieren kann. Auch sehr beschäftigt hat euch zum Beispiel das Thema Kontrolle und Überwachung jetzt im digitalen Zeitalter, Finanzen, da wollen wir reinschauen, Kunst und Kultur. Das hat auch Fragen aufgeworfen, die Bemerkung von Christoph dazu. Und einige Jugendliche haben sich auch gemeldet mit ihren Gedanken zur Zukunft. Also ich denke, wir haben heute viele spannende Themen in diesem Gespräch. Und ich werde nachher dann unten in dem Video auch Timecodes, also unten in der Videobeschreibung reinsetzen, die euch dann zu den Themen führen, die euch vielleicht besonders interessieren. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt anfangen. Und als erstes steigen wir eben ein mit dem Thema alles, was man nicht digitalisieren kann. Erstmal zum Thema soziale Berufe haben wir hier Zuschriften, zum Beispiel von Barbara. Die schreibt, ich bin Psychotherapeutin und Supervisorin und bin von der Krise voll betroffen. Gerne würde ich eine Beratung bei Ihnen machen, schreibt sie jetzt an Christoph. Dann schreibt Lydia, ich bin selbstständig als Heilmasseurin. Ich liebe meinen Beruf. Soll ich mich digitalisieren? Ich frage mich sehr, was ich jetzt mit mir beruflich anfangen soll. Ja, das macht mir schon große Gedanken. Melanie schreibt, ich bin erst seit einem Jahr als Heilpraktikerin selbstständig und habe durch einen Praxisbau sehr viel investiert. Mein Angebot ist richtig gut angenommen worden und nun gibt es natürlich einen Einbruch. Gibt es Ihrer Meinung nach in dieser Wirtschaftskrise überhaupt noch Geld für solche Heilberufe? Anne aus Berlin schreibt, es geht um meine Hebammenarbeit. Viele meiner Kolleginnen steigen jetzt vorübergehend oder auch längerfristig auf Online-Angebote um. Ich bin vom Gefühl her nicht so überzeugt. Und ich habe in meinem Ohr, dass du auch sagtest, dass die Leistung am Menschen wichtiger werden wird. Und dann hier noch eine Zuschrift von Katrin. Ich bin Heilpraktikerin für traditionelle chinesische Medizin und frage mich, ob meine Kollegen und ich wohl unsere Berufe noch weiter wie gewohnt ausüben werden können. Ja, also das waren viele Fragen und Sorgen, die uns zu dem Thema erreicht haben. Christoph, was ist deine Meinung vor dem Hintergrund der Zeitzyklen? Ja, danke euch vielmals für diese wichtigen und essentiellen Fragen. Wir konnten das letzte Mal ja nur ganz allgemein die großen Entwicklungen besprechen. Aber natürlich betrifft es jede Berufsgruppe in verschiedenem Ausmaß. Wir haben jetzt hier zwei, vier, fünf Fragen, die im Bereich Sozialberufe tätig sind. Ja, also von Psychotherapie, Heilmasseur, Masseurin, Heilpraktiker, Hebamme. Und das ist natürlich ganz anders zu behandeln als die normalen Bürojobs, die jetzt im Dienstleistungssektor die letzten Jahrzehnte dominiert haben. Wir hatten es letztes Mal ja schon erklärt, dass wir gerade an dieser Zeitenwende stehen, von 200 Jahre Jupiter-Saturn-Zyklen in den Erdzeichen hin zu den Luftzeichen. Also eine Abwendung von der materiellen, kapitalistischen Welt hin zu einer mehr ideellen, geistigen Priorisierung der Dinge. Und das haben jetzt manche Leute so missverstanden. Es wird alles nur noch digital. Ja, jeder Beruf digitalisiert sich und so weiter. Aber was natürlich eine Marktlücke ist, wenn der Mainstream in der Digitalisierung drin ist, gerade dann werden Menschen, die sich auf Körperarbeit spezialisiert haben und auch soziale spezialisiert haben, die werden da besonders gefragt sein. Weil ihr könnt auch auf Dauer, auch auf die nächsten Jahrzehnte nicht digitalisiert werden. Also wenn jetzt jemand irgendwo im Büro Buchhaltung macht oder in einer Versicherung Akten wälzt oder in einer Bank irgendwelche Kontoeinträge hin- und herschiebt, das lässt sich alles digitalisieren. Da braucht man schon de facto seit vielen Jahren keine Menschen mehr. Ich weiß es ja von vielen Kunden, die im Bankenbereich tätig sind und die sagen, okay, wir wissen genau, wir brauchen eigentlich drei Viertel unserer Belegschaften nimmer, aber wir können nicht alle entlassen. Und solange es irgendwie geht, behalten wir die natürlich und schauen, dass wir das sozial ausgewogen machen. Und das ist jetzt halt dieser Systembruch, wo halt auch die, die es auf die lange Bank geschoben haben, jetzt durch müssen. Wenn ihr aber jetzt wirklich im sozialen, im psychologischen Bereich tätig seid, das wird auch auf Jahrzehnte hinaus kein Computer ersetzen können. Was ihr aber dringend machen solltet, überlegt euch doch, in welcher Art und Weise ihr die Segen der Digitalisierung in euren Job mit einbaut. Müsst ihr wirklich jetzt alles manuell machen, so wie vor 50 Jahren noch, von, keine Ahnung, der Rechnungsstellung, der Buchhaltung, bis hin zu irgendwelchen Kundenkontakten, die vielleicht sich auch dann am Telefon klären ließen oder über Tutorials. Ja, also auch da sollten diejenigen, die im sozialen Bereich tätig sind, durchaus auch nachrüsten. Ja, bis hin zu digitalen Überwachungssystemen, zum Beispiel in der Altenpflege. Ja, warum soll da jemand immer sozusagen an der Klingel Hauptacht sitzen, wenn man das eigentlich auch sehr, sehr gut schon digital monitoren könnte. Ja, also das sind so Bereiche, wo auch die sozialen Berufe von der Digitalisierung betroffen sind. Aber eure Kernkompetenz, die wird auch in 20, 30 Jahren gebraucht werden. Genau, und ich kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung noch anfügen, eine digitale Sache, die ich zum Beispiel super finde, ist der Kalender. Das ist was, was viele Therapeuten auch bereits benutzen, dass sie einen Online-Kalender haben, wo sich dann ihre Klienten und Patienten selber einen Termin aussuchen können und sich eintragen können. Gibt es für Ärzte, für Heiler, gibt es richtig Programme für und Plattformen für, wo die sich da zum Beispiel einloggen können und dann so einen Kalender bekommen. Und das wäre so ein Beispiel, wie man das machen könnte. Ja, es ist ein tolles Beispiel. Es sind oft so einfache Alltagstools, die euch in eurer Kerntätigkeit irrsinnig viel Zeit wegfressen, Verwaltungszeug. Und das wird ja nicht weniger. Und da alles, was ihr euch mit den Segen der Digitalisierung freischaufeln könnt, an wertvoller Zeit, die habt ihr dann wieder mit euren Klienten und Klientinnen. Genau, also eigentlich ist in dieser Antwort auch schon einiges drin. Wir hatten hier noch das Thema physische Berufe nochmal extra. Da hat Ali zum Beispiel geschrieben, es gibt nun mal Jobs, bei denen du kein Homeoffice machen kannst. Oder Cornelia hat geschrieben, können Sie mir auch einen Rat geben, ob Seifen mein Hobby bleibt oder ob es eine Zukunft hat, um sich damit selbstständig zu machen? Das ist ja auch eine ganz süße Frage. Und dann eine Kollegin von uns, Astrologin Daniela, hat geschrieben, was ist mit all den analogen weiteren wichtigen Tätigkeiten? Wo sehen Sie die astrologisch abgebildet? Das finde ich interessant, weil wir ja nun eben ins Luftzeichen gehen und die Erde ist ja eigentlich das physische und auch der Körper. Wo sehen wir denn weiterhin die analogen Tätigkeiten abgebildet? Ja, vielleicht mal so der Reihe nach. Also klar, es gibt viele Berufe, da kann man kein Homeoffice machen. Auch wenn man jetzt wissen möchte, okay, als junger Mensch, was für ein Beruf soll ich ergreifen? Wenn jemand zum Beispiel handwerklich begabt ist und dann sagt, okay, ich möchte Installateur werden oder irgendwas im Bereich Handwerk machen, das sind auch Dinge, die die nächsten 20, 30 Jahren, da wird keiner einen Roboter dafür bauen. Das wäre viel zu aufwendig und zu wenig effektiv. Man muss immer Kosten, Nutzen abwägen. Und je mehr Leute im Zug der Digitalisierung nur mehr am Rechner sitzen und mit der Maus klicken und gar nicht mal wissen, wie man einen Schraubenzieher in der Hand hält, desto voller wird euer Terminkalender sein. Ganz sicher. Ganz sicher. Handwerk ganz voll in den Boden. Hatte es immer schon und wird es auch in Zukunft haben. Auf jeden Fall. Und grundsätzlich zeigt uns diese Luft-Ära, das ist ja einer von dutzenden Zyklen. Es ist zwar ein großer, dominanter Megazyklus, der uns jetzt bis 2150 prägen wird, aber es gibt ja noch verschiedenste Subzyklen, also Unterzyklen, die dann verschiedene Branchen, verschiedene betreffen. Je nachdem, wie ihr als Mensch mit eurem persönlichen Horoskop da eingedockt seid, betrifft euch das auch verschieden. Und dadurch kommt ja dann auch die Vielfalt wieder zustande. Aber trotzdem, trotz all der Vielfalt, wo jeder sich seine Nische suchen kann, gibt es natürlich diese großen globalen Trends. Ja, und dann natürlich hier die Frage, Seifen machen. Wird es mein Hobby bleiben oder hat es Zukunft? Das kann man natürlich in der Fernsehagdose überhaupt nicht beantworten. Da müsste man dann mit dem Horoskop arbeiten. Aber es wird grundsätzlich jetzt bei all diesen Liebhaberberufen, die es ja Gott sei Dank gibt, wo jemand seine Leidenschaft zum Beruf macht, also da, das wird jetzt alles geprüft 2020. Ja, also auch die ganzen Berufe, die wir davor hatten, natürlich auch viele, die so im Bereich spirituelle Beratung zum Beispiel tätig sind. Da beweist sich, setzt halt, ob die Methoden, mit denen man arbeitet, ob die den Menschen wirklich eine handfeste Orientierung auch in der Krise geben können, oder ob es halt mehr Wohlfühlveranstaltungen waren, die, wo man dann aus dem Seminar rauskommt und eine Woche spät ist wieder alles beim Alten. Also das wird jetzt geprüft. Das muss jeder für sich individuell einzeln entscheiden, ja, und fein justieren und schauen, okay, welchen Palast werfe ich da ab von meinem Angebot? Was bringt den Menschen besonders viel und was ist zwar vielleicht toll, aber irgendwie das Feedback ist nicht so ausgeprägt. Also da ist auch jeder von diesen Liebhaberberufen, ob das jetzt Zeifen macht oder irgendwas anderes ist, gefragt, da gründlich mit sich selbst in Revision zu gehen. Dafür ist der Satu und Pluto da, der kontrolliert, der zwingt uns, uns zu reduzieren. Da müssen wir auch oft liebgewonnene Leidenschaften dann vielleicht beiseite legen. Ja, aber das entscheidet sich von Individuum zu Individuum, was genau das ist. Ja, wobei ich jetzt persönlich sagen würde, also gerade Seife und gerade liebevoll gemachte und vielleicht auch Natur mit Naturstoffen, glaube ich, hat auch Zukunft. Also jetzt gerade im Moment ist Seife ja nun das Mittel der Stunde, betonen ja die Virologen immer wieder, ihr braucht die Sachen nicht auf 100 Grad zu waschen und sonst was, Seife macht es, weil Seife die Hülle der Viren zerstört. Und da kann man doch auch eine schöne, duftende, rückfettende Naturseife nehmen. Also ich bin ein großer Fan von solchen Naturseifen. Ja, da gebe ich dir vollkommen mit Seifen. Ja, alles, was uns jetzt hier, das ist ja ein Grundprinzip in der Zukunftsforschung, ja, das hedelische Prinzip der Dialektik. Jeder Trend produziert automatisch auch einen Gegentrend. Matthias Horx hat da oft schon zum Beispiel drüber gesprochen. Wir haben zu einerseits jetzt hier diese Welle des Veganismus, ja, was zweifelsohne ein großer Trend ist. Und dann gibt es aber als Gegentrend gibt es dann halt so diese Grillbewegung, ja, wo der Grill gar nicht groß genug sein kann und das Steak, das man raufschmeißt. Ja, so jeder Trend produziert einen Gegentrend. Und wenn alle virtuell sind, dann braucht man als Ausgleich natürlich auch gewisse Branchen, die uns in unserem Wohlfühlaspekt im Menschsein dann halt auch wieder analog unterstützen. Genau, das sehe ich auch so. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass man da nun und dann wieder auch die digitalen Medien nutzt. Die kann man ja dafür nutzen, um sich zum Beispiel Feedback zu holen, um sein Produkt zu präsentieren, um zum Beispiel Feedbacks der Leute zu präsentieren, dass man eben dann auch die Kundenmeinungen und so, wo man sich dann andere daran orientieren können, dann postet und so. Da kann man dann wieder eben mit dem Digitalen auch viel machen, um ein physisches Produkt zu unterstützen. Genau. Sehr gut. Ja, dann haben wir nochmal das Thema Soziales Miteinander, spielt ja auch schon ein bisschen da rein, ist aber auch nochmal ein Extrathema. Da haben wir auch noch einige Beiträge zu gehabt. Ich greife jetzt stellvertretend, also von mehreren Leuten, die zum Beispiel sagen, ich habe Angst vor der Digitalisierung, ich habe Angst, dass wir vereinsamen, digitaler Kontakt, oh Gott, nee, also wenn das das digitale Zeitalter ist, dann bitte nicht. Und hier schreibt zum Beispiel Ulrike, hört sich eher nach noch stärkerer Trennung und Spaltung anstatt nach Gemeinsamkeit und wohlwollendes Miteinander an. Die elitär abgehobene Hochmütigkeit, die mittlerweile weitflächig spürbar ist, könnte sich dann ja zukünftig noch weiter fortsetzen. Das mag ich mir nicht vorstellen. Was sagst du dazu? Ja, also das hat ja auch rege Diskussionen provoziert, wo wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, dass das Soziale weniger wird. Das heißt aber nicht, dass es deswegen weniger wichtig wird. Das geht, weil Quantität und Qualität darf man nicht verwechseln. Wir hatten das ja abgeleitet vom Saturn-Pluter-Zyklus, der jetzt 40 Jahre fast in der Waage war und wo natürlich das Socializing, das Netzwerken, der Austausch, das jeden Abend auf einem anderen Ball zu stehen und Smalltalk zu betreiben, wo das halt extrem dann im Zeitkreis dominant worden ist. Ja, also auch Social Media, das war dann eigentlich auch so ein Höhepunkt davon, also so ein permanentes soziales Rauschen. Und das wird jetzt definitiv reduziert, weil im Steinbock, der Steinbock sagt, okay, eigentlich dieses ganze Rauschen, diese vielen Kontakte, das interessiert mich gar nicht. Ich möchte nicht in die Oberfläche, in die Breite, in die Weite gehen wie die Waage. Ich möchte in die Tiefe gehen. Das heißt, wir alle werden künftig weniger Kontakte haben, die dafür aber umso intensiver sind, ja, menschliche Kontakte. Wir werden uns auch viel genauer wieder aussuchen, wer ist unser Freund und wen halten wir uns lieber vom Leibe, ja, also und diejenigen, die unsere Freunde sind, mit denen verbringen wir wieder viel innigere und wertvollere Zeit. Also das heißt, das Soziale, das wird weniger in der Quantität, aber sicher nicht in der Qualität, ja, das wird eher sogar mehr in der Qualität dadurch. Das ist ganz, ganz wichtig hier zu unterscheiden. Und aktuelle Situation zwingt uns ja dazu. Wir müssen uns voneinander distanzieren, Social Distancing. Von dem her überlegt man sich genau, mit wem lasse ich mich ein, wen lasse ich in meine Wohnung, mit wem habe ich Kontakt und wenn man dann schon mal ein Telefonat macht, ja, will man sich dann über irgendwelche Oberflächlichkeiten austauschen, wie das jetzt die letzten Jahrzehnte war, nee, dann will man schon auch ein intensives Gespräch, dann will man auch einen Kern der Dinge, ja, dann will man auch wirklich was zu sagen haben und sich was Profundes anhören, ja. Und das ist der Paradigmenwechsel. Also keine Sorge für euch, manche haben es eben ein bisschen missverstanden, nach dem Motto, jetzt reden wir nur noch mit dem Computer und mit dem Roboter, also ganz und gar nicht, ja. Es werden weniger Kontakte sein, die dafür umso intensiver. Ja, da habe ich auch so für mich gedacht, Mensch, das stimmt, ich als Steinbock, gehöre ja nun zu denjenigen, die diese ganze Energie so ein bisschen verkörpern, die Steinböcke, und ich selber habe eigentlich auch so ein soziales Leben, das heißt, ich kenne zwar wahnsinnig viele Leute, aber so mein Freundeskreis ist eigentlich überschaubar. Diejenigen, mit denen ich mich immer wieder treffe und mit denen ich immer wieder rede, das ist eine ganz bestimmte, relativ überschaubare Gruppe. Und ich habe mal eine Weile gedacht, so, kenne ich überhaupt genug Leute oder habe ich überhaupt genug enge Freunde? Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, liege ich damit wohl im Trend. Und das andere, was ich nochmal nachhaken wollte an dieser Stelle, ist jetzt was Astrologisches. Du sagst, dass also die Saturn-Pluto-Konjunktion, die jetzt im Steinbock stattfand, dass die dann auch den nächsten Zyklus prägt, obwohl ja der Saturn jetzt in den Wassermann wechselt und später dann mit Jupiter zusammen das Luftzeitalter beginnt. Kannst du uns das nochmal kurz erläutern? Ja, also da, wo zwei Planeten am Himmel sich treffen, da zementieren die im Flock ein. Also da wird wirklich eine Säule zementiert, die dann bis zur nächsten Konjunktion hält und das Hauptthema vorgibt. Dass die dann natürlich am Himmel auseinandergehen und neue Aspekte bilden, das sind dann Subthemen. Aber so lassen sich die Wochen abgrenzen. Und da hatten wir eben 1982 die Konjunktion in der Waage. Und das hat eigentlich jetzt hier diese Sozial-, Medien- und Marketinggesellschaft hat bis jetzt 2020 geprägt. Und jetzt kommt eben der Bruch zu der Steinbock-Gesellschaft. Das heißt, obwohl wir ins Luftzeitalter gehen, benehmen wir uns jetzt erstmal mehr steinböckisch. Ja, das hat man als letztes Mal mit dieser Grafik mit den zwei Köpfen dargestellt. Das heißt, die letzten 30, 40 Jahre, da mussten wir eigentlich geistig total wendig sein, ja, Waage, Saturn, Pluto, um in einer eher rigiden, reglementierten Außenwelt, wie wir das so in den Erdelementen, uns irgendwie so ein bisschen empor schlängeln und weiterschlängeln zu können. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt wird das Umfeld total volatil, total beweglich, total oft auch schon unberechenbar und extrem schnell veränderlich. Ja, das ist dann eben diese Luftära. Und deshalb müssen wir im Kopf ganz, ganz klar und zielgerichtet sein und auch lernen, uns abzugrenzen, um darin bestehen zu können. Ja, also wir sehen, das sind zwei verschiedene Daseinsbereiche, die sich hier aneinander verschränken. Das ist wie so ein Kippbild, das hier aktuell stattfindet. Ja, genau, das ist sehr interessant. Und das bringt uns, bringt uns aber durchaus auch wieder zurück zu den Fragen, die unsere Zuschauer hier gestellt haben. Und zwar das Thema, wenn wir da jetzt hinspringen wollen, Kontrolle und Überwachung. Das hat ja ganz viel damit zu tun. Also viele machen sich Sorgen, dass es jetzt eine verstärkte Kontrolle und Überwachung gibt. Und das wäre ja dann praktisch die Kombination Saturn-Pluto im Steinbock, Kontrolle, Überwachung, vor allen Dingen eben auch seitens der Regierung und digital unter Verwendung von Kameras und Digitaltechnik. Und dazu habe ich eine Anekdote am Rande. Das erzählte Lynn Bell, das ist eine berühmte Astrologin, Kollegin von uns in einem Podcast, jetzt im englischsprachigen Raum, die erzählte, dass sie mit Freunden in Spanien gesprochen hat. Und eine Freundin hat ihr berichtet, dass sie aus dem Haus getreten ist und da kam eine Drohne angeflogen und sagte also mit Polizeistimme, hier bitte wieder ins Haus reingehen. Also die Zukunft ist schon da. Ja, das fand ich jetzt auch eine relativ spukige Geschichte. Und deswegen, wenn du nichts dagegen hast, könnten wir jetzt mal uns dem Thema Kontrolle, das sollte eigentlich ein bisschen später kommen, das passt gerade so gut rein. Wollen wir uns dem Thema jetzt mal widmen? Unbedingt, unbedingt. Ja, weil wir haben uns das letzte Mal vor allem auf den positiven Wandel und den Umbruch fokussiert. Ja, was uns dann wirklich die nächsten Jahrzehnte bevorsteht und worum wir jetzt diese Zäsur haben. Aber natürlich beschäftigt ganz viele Menschen diese auch negativen und besorgniserregenden Ausprägungen der Zäsur der aktuellen. Und das ist eben der Überwachungsstaat und die totalitären Regimes. Soll ich schnell noch die Fragen vorlesen? Ja, okay. Die Kommentare. Wie sehen Sie meine, von Claudia jetzt, wie sehen Sie meine Bedenken in Sachen Digitalisierung und Technisierung als Bedrohung von menschlichen Sicherheiten? Und sie erwähnt dabei Uranus im Stier und die Aspekte. Kommt diese Form der Wirtschaftszukunft nicht auch aus dem Element Erde als Kontroll- und Überwachungsinstrument entgegen und schränkt die Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen stark ein? Ja, könnte eine Art überzogene Technisierung nicht auch eine Gefahr für den Menschen darstellen? Entfernen wir uns nicht immer weiter von unserer Natürlichkeit und spirituellen Anbindung? Und Stefanie schreibt, erst mal ein nettes Kompliment, habe mir gerade das Interview mit Antonia angesehen, die Prognose hat mir mehr Zuversicht gegeben, auch in beruflicher Hinsicht eine Richtung. Das freut uns. Trotzdem meine Sorge mit der Kontrollmaßnahme und den noch zukünftigen und auch der Einsatz des Militärs. Wie siehst du das? Ja, ich hatte schon... Von vielen, ne? Na klar, ja. Und das ist natürlich ein ganz wilder Baustein hier aktuell, der jetzt das Ganze, also diese Reduktionsphase natürlich auch enorme Schattenseiten uns zeigt. Ich hatte ja schon seit 2016 in vielen Artikeln geschrieben, wir haben jetzt bis Ende 2020, den Aufbau von Struktokratien, ja, so von allumfassenden Überwachungssystemen, die wirklich in unsere Persönlichkeitsrechte eingreifen in einer bis dato ungeahnten Form. Und es haben seit 2016 ja auch ganz viele, ja, doppelgere Regimes, Paradebeispiel China, genutzt, um ganz konsequent eben solche Überwachungssysteme, die eigentlich all unsere Bewegungen komplett tracken und dann teilweise eben sogar scoren, also bewerten, ob wir Gutes oder Schlechtes machen. Das ist in China, wird das ja gerade ganz konsequent implementiert. Ja, aber das waren eben bislang eben diese demokratiefernen Systeme. Und jetzt durch die Corona-Krise führen das aber auch allumfassend etablierte Demokratien ein, wie hier in Europa zum Beispiel. Ja, weil natürlich unter dem Feindbild eines Virus und der internen Sicherheit hier plötzlich Maßnahmen durchgehen, die eigentlich Datenschutzexperten total an die Decke springen lassen würden. Ja, aber wenn es ein totalitäres Regime macht, dann kann man dagegen protestieren. Wenn man es aber wegen so einem Virus macht, um Menschenleben zu retten, dann lässt sich schwer dagegen argumentieren. Und wenn die mal installiert sind, dann wird man die kaum wieder deinstallieren, wenn die schon mal da sind. Das ist halt eben das Problem. Und eben die Struktokraten sind jetzt eben hier an dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit 2020. Ja, da kulminiert es. Das spätste Sachen-Boom der Struktokraten, der totalitären Regimes. Und was die jetzt eben schaffen, bis Jahresende aufzubauen, und das wird noch einiges sein, das wird uns leider auch die kommenden Jahrzehnte begleiten. Und dann ab 2021 wird das Thema wieder sozusagen, da ist dann die Luft raus, da wird das Ganze dann wieder freier, offener. Aber was die bis Ende 2020 schaffen, das bleibt bestehen. Das ist also, um so ein Beispiel aus unserem täglichen Leben zu nehmen. Ihr erinnert euch vielleicht, 11. September, Terroranschläge ans World Trade Center, und seit, da dürfen halt keine Plastikflaschen mit Flüssigkeit, oder keine Flüssigkeiten mehr mit ins Flugzeug nehmen. Die Terrorwende ist jetzt längst vorbei, das ist mittlerweile fast 20 Jahre her, und immer noch gibt es dieses Gesetz. So ist es halt, wie solche Technokratien, Struktokratien, wie die funktionieren. Und unter dem Saturn-Pluto wird das immer einzementiert, und ja, das hält sich dann wie Bech und Schwefel. Men o Men, das ist ein sehr gutes Beispiel, was ja alle Flugreisenden seitdem quält. Und, kleine Anekdote am Rande, 2011 hatten wir ja auch dann die Saturn-Pluto-Opposition, und die ist auch ein Teil dieses Zyklus. Das war also auch ein Ausdruck der Saturn-Pluto-Gesellschaftsveränderung dann eben durch diesen Anschlag. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, und das ist aber auch leider nicht so eine gute Aussicht, denn wie werden wir sowas wieder los? Ja, diese dämliche Maßnahme, die uns bis heute beim Reisen das Leben schwer macht, ja, müssen wir jetzt damit leben, bis in alle Ewigkeit? Ja, so schließen sich die Kreise, und das wird auch ein Grund sein, warum wir uns da dann wieder auf unsere, in die Privatsphäre mehr zurückziehen, warum wir dann lieber weniger Freunde haben, und mit denen aber eine viel, viel größere Verbindlichkeit, Zuverlässlichkeit, Vertraulichkeit herrscht, ja, um eben uns da auch so ein bisschen dann da rauszuhalten, und da eben nicht in allen Lebensbereichen getrackt zu werden. Also über Social Media ist ja ganz einfach, da gibt es ja so viele Bots und Algorithmen, die automatisch all unser Online-Verhalten auswerten. Aber wenn wir jetzt ohne Handy mit einem Kumpel oder mit einer Freundin spazieren gehen im Wald, das können wir sich halt nach wie vor nicht tracken. Und darum wird sowas auch künftig dann wieder mehr an Gewicht gewinnen. Und, naja, also physische Briefe konnte man ja auch schon immer abfangen. Das hat man ja auch früher schon getan, bevor es E-Mail gab. Also Briefschreiben ist dann auch keine Option. Nee, dann muss man sich wirklich persönlich treffen. und wer weiß, ob das nicht dann letztlich doch dem persönlichen Treffen und miteinander dann sogar wieder Vorschub leistet, weil man das Gefühl hat, dass man nur dann privat ist und unbewusst. Aber halt wirklich mit vertraulichen Menschen, weil wenn man sich mit irgendeinem oberflächlichen Kontakt trifft, wie in der Waagephase, da weiß man ja nie, kann man denn wirklich vertrauen? Hat der nicht vielleicht doch irgendwas dabei, was dann getrackt wird? Erzählt er das weiter? Also die richtig vertraulichen Dinge, da werden wir eben enge Kreise um uns bilden, mit denen wir das teilen können. Wäre dann vielleicht dein Tipp, dass man eben jetzt, solange es noch geht, irgendwo versucht, sich zu wehren? Also ich meine, es gibt ja auch durchaus Leute, das kann man ja in Deutschland, die wirklich Verfassungsklage eingereicht haben gegen bestimmte Bestrebungen der Überwachung, dass man eben versucht, dass möglichst jetzt 2020 noch nicht so viele Maßnahmen gleich zementiert werden, dass wir das irgendwie noch hinkriegen bis 2021, wenn es wieder etwas lockerer wird. Es gibt Zeitgeister, da hat man mit solchen Klagen gute Aussichten auf Erfolg und es gibt Zeitgeister, da hat man kaum Aussicht auf Erfolg und 2020 ist so ein Jahr, das wird einfach durchlaufen. Da wird keiner jetzt irgendwelche Datenschutzbedenken irgendwie ernst nehmen, weil die Krise viel, viel wichtiger ist. Aber, und das zeigt uns die Menschheitsgeschichte, egal wie stark so ein System ist, der blanke Lebenswille, die Unberechenbarkeit des Lebendigen, die wird immer einen Weg finden, da auszubrechen. Wo wir halt aufpassen müssen, ist, dass wir nicht selber Teil von dem System werden. Der bekannte französische Postmodernist Michel Foucault, der hat hier das Konzept des panoptischen Blicks eingebracht. Also in meinem zweiten Prognostikband habe ich das ja ausführlich beschrieben. Und zwar, das Panopticon, das ist ein Turm, ein Gefängnis, ja, und das steht in der Mitte, steht ein Turm mit einer Aussichtsplattform, die komplett verspiegelt ist. Man weiß nicht, ist da jemand drinnen oder nicht. Und von dieser Aussichtsplattform kann man rundum sämtliche Zellen und alles, was drin vorgeht, überblicken. Ja, und dann reicht es im Laufe der Zeit ja schon, man weiß ja nicht, ist jetzt der Wächter drin oder ist der Wächter nicht drin, aber dadurch, dass er jederzeit drin sein kann, beginnt man selbst, sein Verhalten zu normieren. Ja, und beginnt auch, sein Verhalten anderen gegenüber zu normieren. und dadurch wird dann der Überwachte zum Wächter. Also das ist ganz ein perfides System, wo jeder von uns natürlich aktiv was auch tun kann, um da nicht reinzukippen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil es geht ja hier auch darum, was kann jeder Einzelne von uns machen, um da möglichst, dass wir gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft mitbauen, ja, und das ist dann so eine Sache hier, ja, sich da einfach mehr fernzuhalten, nicht alles zu glauben, was da daherkommt, und natürlich auch trotzdem in seinem Freundeskreis die Vertraulichkeit aufrechtzuerhalten. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Thema Kunst und Kultur zurückspringen, weil das aber auch wieder mit unserer Überlegung, welcher Zyklus geht zu Ende, welcher beginnt, also vom Barge betonten Zyklus jetzt in den Steinbock betonten Zyklus, also den Saturn-Pluto-Zyklus, wie lange dauert der nochmal? Der dauert so um die 37 Jahre, nicht? Ja, der hat eine elliptische Blut dran, und deshalb eiert der dann immer so zwischen 30 und 38 Jahre, und der aktuelle, der dauert dann bis 2152, 53, ja, ab 2053 ungefähr, Wie viele Jahre sind das dann? Ja, so ein bisschen mehr als 30 Jahre. Ein bisschen mehr als 30, genau, und der letzte war länger, der hat, glaube ich, der ging ja 82 los. Ja, der hat 38 Jahre gedauert, und dann, dass der Blut von der Waage zum Steinbock besonders schnell ist, ja. Aha, okay, gut, also wir haben dann jetzt die letzten 37 Jahre sehr, sehr blühendes, kreatives Kunst- und Kulturleben gehabt, und du hast ja in unserem letzten Talk eben auch erwähnt, ja, da wird sich was dran ändern, und das wird auf die eine oder andere Weise weniger oder auch auf jeden Fall transformiert werden, und auch dazu haben uns Zuschriften erreicht, die ich jetzt hier gerne mal als Beispiel für viele. Die Bereiche Kunst und Kultur sind ja für eine Gesellschaft enorm wichtig. Gezogen sie sich bei der Aussage, dass diese schrumpfen werden auf die vollkommen überzogene Superstar Hollywood Millionen Milliarden Bling-Bling-Shows. Ja, da könnte man in der Tat sehr froh sein, wenn die roten Teppiche zusammengerollt würden, schreibt Daniela. Und Maria schreibt, dass die Kunst- und Kulturbranche an Wichtigkeit verliert, hat mich beunruhigt. Mein Sohn möchte seit 15 Jahren erst 20 Musik, Klassik, Gesang studieren. Ein Fehler, war neun Jahre in einer berühmten Musikschule in Wien. Biene schreibt, Ohne Musik und Kultur verarmt der Mensch. Ich bin jetzt 51 Jahre und hoffe, dass ich diese vereinsamte Welt nicht mehr miterleben werde. Ich, für mich als Fische, ist Soziales wichtig. Ja, also da spielen natürlich mehrere Zyklen mit rein. Wenn es jetzt um unsere Kulturwellen geht, dann gibt es da einen anderen Zyklus. Das ist unter anderem der Uranus Bluto. Ich habe da herausgefunden, in meinen jahrelangen Prognostik-Forschungen, dass der eng mit den sogenannten Kondratiev-Zyklen verbunden ist. Ja, das heißt, es gibt immer eine Basis-Technologie, eine Basis-Innovation, die durchbricht sozusagen rein in den Mainstream und entfaltet sich dann und krempelt dann unsere komplette Gesellschaft um. Ja, das war beispielsweise die Dampfmaschine ab den 1790er-Jahren. Das wird erfunden und dann plötzlich wird alles um die Dampfmaschine drumherum gebaut. Das war ab 1850 der Bereich Stahlerzeugung und Eisenbahnen. Das war ab 1900 drumherum waren es die Massenmedien und Elektrizität, Fließbandproduktion und der aktuelle Zyklus, der ging schon in den 1960er-Jahren los. Und die fallen also auf Basis vom Mikrochip ist das jetzt die Welle der Informationstechnologie. Und was man ja eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick sehen würde, die hängen ganz eng zusammen mit auch kulturellen Wandeln und Wandeln in der Kunst. Das heißt, dass die dann immer einen Begleitsoundtrack haben, ja, von Musikstil oder Musikstilen, die das begleiten. Ja, beispielsweise eben ab 1900, ja, da sind die ganzen modernen Massenmedien aufgekommen. Radio, Bewegtbildfilm beispielsweise, Domträger über Schellackplatten und plötzlich konnten sich neue Musikarten innerhalb von Wochen in den ganzen Globus verbreiten. Komplett neu in der Menschheitsgeschichte. Und das hat damals diesen Riesenerfolg von Blues und Jazz unterfüttert. Und dann ist es so 20, 30 Jahre, dass man auf Basis dieser Basistechnologien alle künstlerischen Ausdrucksformen auslotet und dann langsam beginnt es sich zu wiederholen. Aktueller Zyklus begonnen in den 1960er Jahren. Was hat man damals? Ja, technologisch, da kamen die ersten, da kamen die ersten Mehrspurrecording auf, da kamen die ganzen Gitarreneffekte auf, da kamen die Analogsymdesizer auf, da kamen die ersten Verstärker und Amps auf, mit denen man ganze Hallen bescheiden konnte. Und dann gibt es einen Haufen junge, durchgeknallte Typen, die sagen, ah cool, jetzt lass uns da mal alles ausprobieren, was man damit an Sound und Musik machen kann. Und plötzlich kommen all diese Varianten von Bob Rock auf. Ja, also das ist damals fast alles, was wir heute hören, ist damals in den wenigen Jahren, in den 60er Jahren entstanden, ja, von eben Bob Rock, Metal, Reggae, elektronische Musik und so weiter und so fort. Ja, und dann ist es ganz spannend, 20, 30 Jahre, bis dann alle künstlerischen Ausdrucksformen mehr oder weniger so ein bisschen abgegrast sind und dann beginnt es langweilig zu werden, sich zu wiederholen. Und das hat man jetzt eben in den 2010er Jahren ganz, ganz stark, dass es ans Limit gekommen ist. Aber zwischendurch gab es noch die Entwicklung von Techno, die hat, die war, das war für mich eine Art, da war ich ja nun auch als Vorreiterin mit dabei und habe eine Sendung gehabt in dieser Zeit, in den 80er Jahren, eine Kult-Sendung und habe das mit wirklich propagiert damals und das habe ich damals der Konjunktion von Saturn und Uranus im Neptun, Entschuldigung, Neptun und Uranus im Steinbock zugeschrieben, denn da kamen diese Raves auf, wo alle sich Neptun-mäßig auf Drogen miteinander verbinden wollten und Uranus hat den Rhythmus dazu geliefert und der Steinbock hat es aber eben in die physische Ebene geholt, also dass man, dass alle zusammen sein wollten und auf einem Rhythmus tanzen wollten, das fand ich schon eine bedeutende Entwicklung, die ich jetzt nochmal extra, das möchte ich jetzt erwähnen, weil mir, weil ich bin mit dieser Musik irgendwie so verwachsen gewesen damals und ich höre das bis heute gerne, das war für mich, vielleicht ist das eben auch dann wieder ein Subzyklus, der dann noch wieder andere tolle Musik hat ja auch die Techno-Music irgendwo auch ermöglicht. Ja, der Urvater ist in den 60er Jahren Analog-Synthesizer, die ersten MOOC-Synthesizer, die ersten ARP-Synthesizer beispielsweise, das Mehrsprot-Recording, die ganzen Effektgeräte, das war ja eigentlich die technologische Wurzel von Techno und ja eben das Neptun im Steinbock auf 19 Grad Steinbock in den 90er Jahren, das war erstens die große Technowelle, weil der Steinbock hat sich gern harschteckig und industriell und das zweite das waren diese ganzen Extremformen des Metal, ja, also Rammstein, Paradebeispiel, aber natürlich auch die ganzen Varianten von Black und Death Metal und was es da alles gab. Der Witz ist ja, dass die Rhythmen ungefähr gleich sind. Das ist eigentlich auf beiden Seiten ein relativ schnelles Stakkato, also irgendwie zwischen 120 und 180 BPM und natürlich ist der Groove ganz anders, aber das war damals eine sehr interessante Subentwicklung. Also wir haben beide nur hier zur Info, Christoph war auch in der Musikbranche tätig, genau wie ich. Er war, Christoph war Manager einer Band und überhaupt im Musikmanagement tätig und ich war ja eben DJ und Radio-DJ und deswegen dieser kleine Exkurs. Da könnten wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Also klar, ich war damals auch als Musiker aktiv in der Band und war danach bei einem großen Musikinstrumentenhersteller, aber das nur am Rande. Aber wo wir jetzt, das heißt eigentlich bis in die 2030er Jahre rein wird es echt schwierig, ist jetzt die Suche nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen. Das sind jetzt auch gerade diese ganzen Corona-Events, die jetzt gerade abgehen. Ja, irgendwelche Leute dann über Online-Streaming und halt als DJ auflegen oder Konzert spielen und so. Jetzt sind die gezwungen irgendwie doch in die virtuelle Welt reinzugehen. Ja, und da wird jetzt viel ausprobiert, da wird das eine oder andere erfunden werden jetzt die nächsten zehn Jahre und nach den 2030er Jahren dann langsam kommt dann eine ganz neue runde Technologie raus, auf Basis der man wieder ganz neuartige kreative Dinge gestalten kann. Das wird dann so eine Art Virtual Art sein, also eine virtuelle Kunst, wo halt einfach im Grunde Technologie Mensch, Emotion und Idee miteinander verschmelzen und dann wird es wieder spannend und dann werden auch Künstler plötzlich wieder so ein irrsinniges Wachstum hinlegen und bis dahin einen guten Musiker wird es immer brauchen, ja, aber die, und wenn es eben, um da auf die Maria nochmal einzugehen, ihr Sohn da jetzt einfach ein klasse Sänger ist, dann soll das weiter durchziehen. Aber natürlich das Mittelmaß und die große Schwämme an Standardmusikern, ja, da werden halt viele sich jetzt einen anderen Wortgutus suchen. Das ist ein gutes Stichwort, Mittelmaß. Das erinnert mich daran, was unser Kollege Michael Lewton, berühmter Astrologe aus New York, schon sagte, als Pluto in den Steinbock ging. Der sagte, bleib bei dem, in dem du gut bist und du werde besser darin. Das ist einfach so eine Konzentration jetzt auf, Steinbock ist ja Konzentration aufs Wesentliche und diese Botschaft wäre dann wirklich jemand, der ehrlich brennt für das, was er tut, wird auch weiterhin wahrscheinlich die Möglichkeit finden, sich darin auszudrücken. Aber man muss dann wirklich, wirklich gut sein in dem. Das ist einfach die Bedingung. Und man muss sich auch scharf positionieren. Antoni, wir beide kennen ja viele Künstler, Musiker und so weiter, die jetzt schon die letzten 10, 20 Jahre, also der CD-Markt ist ja schon ab dem Jahr 2000 komplett weggebrochen, Jahr für Jahr, die da jetzt schlimmer sich mit Konzerten und da einen Aushilfsjob und da dann Musikunterricht geben, irgendwie mit so einer komischen Mixtur über Wasser halten mussten, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Und da werden ganz viele sagen, jetzt ist es eigentlich vorbei, ich spiele nach Feierabend nur gerne ein bisschen auf meinem Saxophon, aber ich möchte nicht mehr davon abhängig sein. Diejenigen im Kunstbereich, die sich scharf positionieren, die sagen, das ist das eine, das kann ich super gut, eben im Fall vom Sohn von der Maria als klassischer Denor beispielsweise, da bin ich super gut, und mache nur noch das und da gehe dann wirklich in die Tiefe rein. Das ist jetzt ein Schlüssel zum Erfolg, habe ich ja auch ein Video online, das ist ein Schlüssel zum Erfolg, wirklich das eine, was man gut kann, da total in die Tiefe zu gehen und das ganze Rauschen auszublenden. Genau, und ich glaube auch, dass weiterhin auch Kulturveranstaltungen stattfinden werden, also im Moment sind ja viele entsetzt, eben die Museen haben zu, die findet überhaupt nichts mehr statt, natürlich, und alle Musiker, die mit Erfolg umgestiegen waren vom CDs produzieren auf teure Konzerte veranstalten mit Ticketpreisen von 200 Euro, die sind natürlich jetzt auch angeschmiert, aber denkst du nicht auch, dass der Mensch auch zurückkehren wird zu kulturellen Veranstaltungen, weil er, wie Sabine ganz richtig schreibt, ohne die er verarmt und weil das einfach wichtig ist für die Gesellschaft? Ja, also das wird es alles weiterhin geben, ja, also bitte keine Angst davor haben, jetzt kommt das Luftzeitalter mit der Digitalisierung und alles wird nur noch digital sein, wir werden das immer noch als Ausgleich brauchen, aber du sagst eben, diese Megakonzerte, wo Riesenhallen gefüllt werden, bei Ticketspreisen mit 200 Euro, auch die wird es geben, aber nicht mehr in der Masse, ja, auch diese unglaubliche Vielfalt an Festivals, ja, wo man den ganzen Sommer jeden Tag auf einem anderen Festival abhängen könnte, das wird natürlich auch deutlich reduziert werden. Aber es wird es immer noch geben, natürlich, ja. Und meinst du eben diese Reduktion jetzt auch wirklich im Hinblick darauf, dass die Menschen auch in Zukunft Angst vor Ansteckung haben werden oder einfach, dass man das jetzt dann den Zugang dazu verliert und das Interesse daran verliert? Ja, es ist mehr dieses traumatische Erlebnis jetzt, ja, dieser Distanzschock, es wird jetzt so sein, wenn irgendwann dann wieder man zum Normalbetrieb zurückkehren will, dass dann jeder wieder sich so verhält wie davor, ja, wir werden diese Distanz uns auch in vielen Bereichen bewahren, weil wir jetzt in unserer Lebenserfahrung auch sehen werden, dass es in manchen Dingen auch gut ist, ja, dass es in manchen Dingen sogar angenehm ist, nicht hin zum Kunst in unser Leben zu lassen, sondern genau zu selektieren, ja. Und man sieht ja auch jetzt aktuell ein irrsinniges Bedürfnis der Menschen, danach in die Tiefe zu gehen, ja, und weg von dieser Oberflächlichkeit zu gehen und ich meine, diese Fernsehshows, wo irgendwie nur herumgekasperlt wird und Smalltalk betrieben wird, die wirken ja in der jetzigen Krisenzeit ja fast schon beinlich, da schalten auch viele Menschen gar nicht mehr ein, ja. Man will wirklich jetzt eine fundierte, eine fachliche, geistige Beschäftigung haben, ja. Man ist vielleicht auch froh, dass man jetzt in dem Rückzug auch mal wieder Zeit hat, ein paar Tage lang ein gutes Buch zu lesen, ja. Dafür hatten wir alle gar keine Zeit in den letzten Jahren. Das stimmt. Aber nochmal die Frage finde ich auch witzig. Die überzogenen Superstar-Hollywood-Millionen-Milliarden-Bling-Bling-Shows, glaubst du? Also ich könnte mir natürlich denken, dass Hollywood und Schauspieler weiterhin gefragt sein werden, einfach weil eben die Leute jetzt auch viel Filme und Entertainment gucken und auch gute Filme sehen wollen und auch gute Schauspieler werden mit Sicherheit auch weiterhin zu tun haben. Wie siehst du das? Das interessiert mich persönlich jetzt auch. Ja, aber es wird ganz ein anderer Typ sein. Ja, wir hatten jetzt, also es ist ja losgegangen, die vage Phase, die Medien- und Marketinggesellschaft, wenn man sich erinnert, da sind all diese so Diners, die da, Denver-Clan, die Dockenen-Vögel, also all diese Beziehungstramen, wo es irgendwie so ein Geplätscher bevor sich hinplätschert, ja, und dann hat der mit dem und die mit der anderen und dann aber doch wieder nicht und so. Und das war, das war so ein Schlüssel zum Erfolg, da mitzuspielen. Stimmt. Ja, und einfach überall zu lächeln und dann eben die auftobierte Dauerwelle und die Schulterpolster und alles glitzert und so weiter. Ja, also wenn so ein Zyklus losgeht, da kommt es ja ganz unverblümt daher, ja, wie die Waage sich so gern gibt, ja, man muss nur noch diese Mode zurückdenken, da Modern Talking, tiefbraun gebrannt und, ja, also, und so ein Typ, das ist halt jetzt ganz ein anderer, der künftig da gefragt sein wird. Das ist dann wieder einer, der für was steht, ja, der ernsthaft ist, dem man vertrauen kann, der was drauf hat, der was kann, ja, solche werden natürlich genauso Superstars sein, ja, aber eben mit einer ganz anderen Kernkompetenz. Vielleicht könnte das auch, jetzt aber im Hinblick auch auf Saturn und Pluto, die älteren Schauspieler begünstigen. Es gibt ja jetzt mehrere Serien, die auch sehr erfolgreich sind. Michael Douglas hat eine wunderbare Serie, The Commencing Method, wo er sich selber auf die Schippe nimmt, als gealterten Schauspieler, der da so eine Truppe von Jungspunden was beibringen will und ansonsten seine Probleme hat, ja, mit der Prostata und mit Viagra und so weiter. Sehr, sehr witzig. Oder anderes Beispiel für alle Trekkies, also ich selber bin ja ein totaler Trekkie immer gewesen und da gibt es jetzt ein sehr schönes, zwischendurch fand ich die neuen Folgen nicht mehr gut, die waren mir zu brutal und zu beliebig, aber jetzt gibt es ein neuer Picard, der alte Käpt'n aus der zweiten großen Serie, 80 ist der mittlerweile oder über 80, macht das ganz toll, der Schauspieler, der heißt ja jetzt nochmal, Patrick Stewart und ist da die zentrale Figur, die aber jetzt auch nicht so tut, als könnte sie noch kämpfen, die aber eine sehr starke Ausstrahlung hat. Das finde ich für mich so ein Beispiel für Saturn Pluto und auch ältere Damen, die gut sind, können sich da gut behaupten. Das könnte auch mal in die Richtung gehen, dass man sich mehr für sowas interessiert. Charakterköpfe mit viel Erfahrung und die lebensgegerbt sind. Ja, eben wie Picard, Patrick Stewart, der hat er jetzt in der Krisenzeit, hat er ja auch, ich glaube jeden Tag liest er so nett von Shakespeare mit seiner tiefen, brummigen, angenehmen Stimme. Ja, die Leute wollen jetzt wieder sowas und nicht irgendwie ein aufgekreischtes Gekackere in irgendeiner bunt blinkenden Talkshow. Ja, das ist zumindest die Hoffnung. Also das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Sehr schön. Gut. Ja, wir sind jetzt richtig gut durchgekommen. Jetzt gibt es noch das Thema, wir müssen uns noch mal den Ängsten und den Finanzen widmen. Also natürlich gab es wichtige Fragen zum Thema Finanzen und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. ganz einfach. Brigitte schreibt zum Beispiel, wie glauben Sie, geht es weiter? Wenn jemand Bargeld auf der Bank hat, kann das enteignet werden? Das ist so eine häufigste Frage. Vielleicht tun wir die gleich noch abzuhaken. Also das wird ja so und so schon seit Jahren enteignet durch die versteckte Inflation und diese versteckte Inflation der letzten zehn Jahre ausgelöst durch diese massive Geldschwemme der Zentralbanken, die wird halt jetzt zu einer richtigen Inflation werden. Klar, in manchen Ländern kommt es zu einer Hyperinflation, die halt ganz schlecht aufgestellt worden ist. Aber ich würde sagen, hier in Mitteleuropa müssen wir uns fast einstellen auf so vielleicht zehn Prozent, ja, vielleicht plus minus, ja, also schon eine Inflation, die wehtut, aber die nicht alles vernichtet. Ja, andere Länder, gerade Lateinamerika zum Beispiel, da wird es viel bitterer ausschauen. Ja, also das ist hier meine Einschätzung der Lage. Und der was? Banken enteignet, also wenn, dann wird es allumfassend enteignet, ja, also das heißt, jetzt Geld abzuheben und das irgendwo unter dem Kopfkissen zu bunkern, also wenn wirklich Banken enteignet würden, dann würden natürlich auch Geldscheine entwertet werden. Das bringt dann gar nichts, ja, so einfach drauflassen wie bislang. Aber überlegt euch natürlich, das Geld, das wird in absehbarer Zukunft nicht mehr so viel wert sein wie jetzt, was ihr vielleicht euch dann doch noch Schönes kauft. Und ganz wichtig, überlegt euch auch, wo ihr es kauft, ja. Also wir sehen aktuell so einen totalen Rang, so Großkonzerne, wie die verschiedenen Discounter, die einzigen, die noch offen haben dürfen, die machen jetzt ein bisschen weniger Geschäft, aber im Vergleich zu den anderen eigentlich das Geschäft ihres Lebens, ja. Und dann gibt es uns echt den kleinen Bäcker, den kleinen Metzger, den kleinen Selbstständigen, ja, der vielleicht eben auch Nahrungsmittel anbietet, das kleine Restaurant. Schaut es auch wirklich, wo ihr euer Geld ausgibt, ja. Wollt ihr es wirklich dann eben in Discounter reintragen und dann großen Konzern nochmal reinpumpen oder unterschützt euch lieber in eurer Nachbarschaft die kleinen und gewerbetreibenden damit. Ja, also ich kaufe auf jeden Fall einen Bioladen ein und beim Bäcker oder auch beim Biobäcker und denke aber natürlich auch in meinem Hinterkopf, wenn du so sprichst, hm, ich hatte jetzt ein bisschen Geld angespart, bin ich jetzt auch froh, dass ich das habe, ne, das war ja wichtig für diese Krise, aber ich bin auch wiederum froh, dass ich es eben nicht investiert habe im Sinne von jetzt kaufe ich mir irgendwas Größeres, sondern jetzt bin ich flüssig im Augenblick, das kommt mir jetzt zugute. Also es ist so ein bisschen im Moment in dieser Übergangszeit, es ist so ein bisschen schwierig, sich da zu entscheiden, oder? Ne, da muss man differenzieren. Also gerade der große Bereich Immobilien, da hat man ja auch die Frage vom Immobilienmakler. Genau. Das war jetzt, das war jetzt die letzten Jahre ja so ein irrsinniger Hype und es waren ja fast schon Halbgötter die Immobilienmakler und man musste ja schon froh sein, wenn man eine Schrottimmobilie komplett überteuert dann irgendwie noch kaufen durfte. Genau, das war Heinrich, der wollte wissen, ob er noch eine Chance hat als Immobilienmakler in der Zukunft, genau. Ja, und die großen Zeiten sind natürlich vorbei. Diejenigen von euch, die aber schon die Immobilie gekauft haben und die schon komplett abbezahlt ist, die haben natürlich jetzt einen Wert in der Hand, der ihnen eigentlich in der Form dann nicht weggenommen werden kann. Diejenigen von euch, die aber irgendwie auf Kredit, noch zu mit dem Kredit, der kaum abgesichert war, eine Immobilie gekauft haben oder vielleicht sogar irgendwo rumspekuliert haben, um eine Hand zu haben, da wird es halt ein bitteres Erwachen geben. Ja, weil wenn ihr den Kredit nicht abbedienen könnt, es wird aktuell, ist noch verhalten, aber in drei, vier Monaten, da wird dann das große Geheule losgehen und da werden, denke ich, wirklich auch wieder gute Immobilien für vergleichsweise sehr billig zu haben sein. Ja, also das ist natürlich auch eine Entwicklung und dann der dritte Bereich Börse. Also ich habe ja selber eigentlich meine Prognose nicht glauben können, wo ich da 2015 in den ersten Vorträgen gesagt habe, ja eigentlich bis 2020 muss es eine Korrektur geben, runter bis auf den Wert, wo die Börsen im Jahr 2000 gestanden sind, bevor die New Economy Blase geplatzt ist. Ja, das war beim Dow Jones, waren wir so 10.000 bis 11.000 Punkte und zuletzt war er bei 27.000, 28.000 fast schon. Ich habe es selber kaum geglaubt, ich habe gedacht, okay, vielleicht diese versteckte Inflation, die puft es ein bisschen ab, aber ich glaube, wir werden dann wirklich dort landen. Und das betrifft aber all die Branchen, die im Grunde zur alten Erdeboche gehören. Diejenigen, die jetzt schon konsequent in der Luftdeboche sind, also da kann man mit Aktien aktuell schon wieder ein Riesengeld machen. Ja, schönes Beispiel hier, Zoom, Zoom, Zoom-Meeting, die Aktien sind also erst mal plötzlich um 40% gestiegen, dann wieder um 20% gefallen, aber da jetzt dann eben immer noch 20%, das ist ein richtiger Zuwachs und das passt. Ja, eben, genau. Wir hatten uns ja davor unterhalten, also Zoom, das ist natürlich, solche Dinge, die sind natürlich auch antizyklisch, dass man die gegen den Trend kaufen kann. Ja, also da muss man wirklich differenzieren auf die eigene Lage und entsprechend auch auf die einzelnen Branchen. Aber klar, grundsätzlich, es wird, also ihr könnt wirklich da das so als Maß, als Daumenregel nehmen, das, wo die verschiedenen Indizes im Jahr 2000 waren, da werden sie wahrscheinlich auch wieder hinfallen und dann hört es vielleicht langsam auf, der bodenlose Fall. Also da wird es noch ein großes Weinen geben. Es gab jetzt noch eine sehr interessante Frage. Übrigens denkt jetzt nicht, der Christoph würde mir ins Wort fallen oder das nicht mitkriegen. Wir haben hier bei Zoom so eine kleine Verzögerung und deswegen kommt das manchmal eine halbe Sekunde später bei ihm zu Hause an, wenn ich was sagen will. Also wir sind hier nicht unhöflich miteinander. Also da war jetzt noch eine wichtige Frage und zwar, erklären Sie mir auch bitte kurz und bündig Ihre Idee zur Finanzierbarkeit meines zukünftigen Grundeinkommens. Das interessiert mich persönlich auch sehr. Ja, das ist natürlich der Blick der alten Erdeboche. Also wenn jemand, der sozialisiert wurde in der Erdeboche, man muss hart arbeiten, man muss sich den Regeln beugen, man muss mitspielen bei all dem, was hier so entsprechend Standard ist und wenn jemand nicht arbeiten muss, weil er kein Geld, weil er eh Geld kriegt, dann werden die alle faul. Ja, das ist der typische Erdblick auf die Dinge. Ich habe auch in meinem Buch über die magischen Taktiken des Managements, habe ich auch geschaut, es gibt ja ganz viele Management-Theorien, die die Menschen in vier Typen unterteilen. Und die haben eins zu eins Entsprechungen zu den vier Elementen und da gibt es eben den Homo economicus, ja, der wird beschrieben als total egoistisch und der denkt nur an sich und der muss mit Zuckerbrot und Beitsche motiviert werden, schluss macht er nichts. Wenn der nicht kontrolliert wird, dann macht er nichts. Wenn der nicht immer seine Prämien kriegt, dann macht er nichts, ja, und eigene Initiative hat er so und so keine und sobald er einfach so Geld kriegen wird, dann wird alles ganz faul, ja, aber es gibt natürlich auch andere Menschenbilder, sogar in der Küche Erde. das wäre Erde, oder? Das ist die Erde, ja, der Erdtypus, ja, und da gibt es aber ganz andere, wie der, also das Self-Actualizing Man hat Scheindes genannt in der Organisationstheorie. Das ist ein Mensch, der sich selber verwirklichen will, ja, der braucht eigentlich gar keinen Führer oder gar keinen Vorgesetzten, der die Leute permanent antreibt oder motiviert, der kann sich selber motivieren, der braucht eigentlich einen Freiraum, dass er sich ausleben kann und wenn man den einfach mal machen lässt und dem Eigenverantwortung gibt, dann macht der auch das Beste draus, der kann dir selber viel besser, als der sein Vorgesetzter einschätzen kann, ja, und das ist eigentlich viel näher dran an der aktuellen Management, am aktuellen Management-Diskurs, ja, und jetzt eben im Luftzeitalter, da wird dem zum Durchbruch verhäufen. Und der ist Element Feuer, oder? Das war Feuer. Genau, das Self-Actualizing ist das Feuerelement, aber die anderen Typen, die werden dann in den verschiedenen Typologien verschieden behandelt, der visionäre Typus, der Inspirator zum Beispiel, ja. Ich muss uns die anderen Elemente aber auch noch kurz mitgeben, was wäre der Wasser-Typ? Ja, der Wasser-Typ, das ist immer, das scheinend in der Social Man, also das ist so die gute Seele in der Firma, die eigentlich zwar nicht sonderlich fleißig ist, aber die braucht man emotional, weil da sich da alle ausweilen und der erzählt auch den Smalltalk weiter und so, wie geht es dem und was hat der in der Familie und so weiter. Aber das ist dann ein bisschen, für den könnte es ein bisschen schwierig werden, oder? Also jedenfalls, wenn die für Homeoffice oder, naja, obwohl man kann auch so einen Austausch ja auch am Telefon oder auch im Homeoffice im Gespräch haben. Was denkst du? Also am härtesten wird es natürlich für den Erdtypus, ja. Also wie gesagt, ich habe in dem Magisch-Praktischen des Managements ein Buch, was ich für die Universität Erlangen und für die Universität Innsbruck geschrieben habe. Da habe ich Dutzende dieser Management-Typologien entsprechend dazugeordnet in vier Elementen und der Erdtypus wird es am schwersten haben. Also der Kontrolletti, der sagt, nee, wir brauchen Vorschriften für alles. Der sagt, wir müssen alles durchreglementieren, wir müssen alle Menschen kontrollieren. Für den wird die Umstellung am schwierigsten werden. Und dann haben wir noch den Lufttypus, der Lufttypus, der ist doch dann bestimmt super aufgestellt jetzt im Luftzeitalter. Ja, genau. Also Schein nicht in den komplexen Menschen, der Komplexman, der in jeder Situation genauso agiert, wie es erforderlich ist. Mal ist er dominant, mal ist er Diplomat, dann wieder weiß er zu motivieren und so weiter. Er macht das je nach Situation ganz verschieden und da hat er immer dann die richtige Strategie für jede spezielle Situation. Ja, also hat Schein schon in den 60er-Jahren formuliert und jetzt wird da in Wirklichkeit. Hammer, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mich darüber mal mit Christoph gesondert unterhalte, über die verschiedenen astrologischen Elemente im Vergleich zu den Berufstypen, schreibt uns bitte. Dann nagel ich den Christoph jetzt direkt fest. Also ich persönlich finde das irre spannend. Vielleicht geht es ja auch anderen so und vielleicht können wir ja auch den Typen was mitgeben, was sie eben machen können, um ihre um die Enge, um das zu überwinden und um eben, sicherlich gibt es eben für den Erdtypen auch gute Sachen, die er machen kann. Aber das würde jetzt zu weit führen. Vielen Dank für diesen Exkurs. Das fand ich unglaublich spannend. Wir waren ja noch beim Grundeinkommen. Also du hast jetzt erklärt eben, dass wenn man in der Erdepoche sozialisiert ist, geht man einfach davon aus, dass es sich so verhält wie beim Erdtypen, wenn einer keine Kontrolle hat und nicht angetrieben wird, dann macht der nichts. Und du gehst aber davon eben aus, dass es doch sehr viele Menschen geben wird und sich zeigen wird, dass viele sagen, prima, also so ich zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, oh ja, prima, Grundeinkommen super, nehme ich gerne mit, aber das reicht sowieso nicht für meinen Betrieb und für das, was ich mache. Dann habe ich vielleicht eine Sorge weniger, aber dann würde ich trotzdem genauso weiterarbeiten wie jetzt auch. Erstens, weil es mich interessiert, was ich tue und zweitens, weil ich damit meinen Lebensstil, wie ich den jetzt habe, auch nicht darstellen könnte. Und darauf will ich ja nicht verzichten. Also das wäre zum Beispiel eine Variante. Oder jemand anders, der vielleicht sagt, ich nehme das gerne und ich habe jetzt endlich Zeit, mich mit Philosophie und Büchern und guten Gedanken zu beschäftigen. Das wäre ja auch okay. Also so würde ich mir das dann vorstellen. Aber hier geht es ja auch darum, die Frage ist ja immer, wie wird das finanziert? Also ich kann sich das schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, in einer Erd-Epoche wird es ja nicht funktionieren. Da wird vielleicht wirklich ein großer Teil dann faul daheim rumsitzen und sich gut gehen lassen und sich irgendwie den Flachbildfernseher auf dem Bauch scheinen lassen. Aber in der Luft-Epoche, da geht es ja um Ideen, um Gedanken, um Visionen. Und so ein Grundeinkommen gibt uns dann die Möglichkeit, auch mal zu sagen, ich steige jetzt aus dem Hamsterrad mal ein paar Wochen, ein paar Monate raus. Ich möchte jetzt einfach mal mir wieder was ganz Neues überlegen, was ich dann mit meiner beruflichen Leistung den Menschen Gutes tun kann. Und dadurch wird ein kreatives Potenzial entfaltet, das in Geldgradig aufzuwiegen ist und das entsprechend dann natürlich auch dafür sorgen wird, dass die Wirtschaft insgesamt dann eben deutlich wächst und eben in einer Art und Weise wächst, die wieder menschengerecht ist, die nicht überformalisiert ist, wo bei jedem von uns alles, was nicht in dieses Vierk reinpasst, links, rechts, oben, unten alles abgeschnitten wird, sondern wo wir da eben in unserer bunten Vielfalt dann sein können und das greift im Luftelement dann eben so ineinander, dass insgesamt dann halt was Gutes dabei rauskommt. Also das heißt, die Finanzierung, es gibt ja auch von Götz Werner, vom Gründer und Geschäftsführer und vom DM, der hatte da auch ausgiebig drüber publiziert und viele Vorträge Referate gehalten, das wird das Ganze aufwiegen. Das heißt also, es wäre nie freiwillig eingeführt worden, aber durch so eine Krise jetzt gibt es noch eine große Chance. Das wird sicher nicht bedingungslose Grundeinkommen heißen, das heißt dann vielleicht irgendwie Basisgeld oder was da immer, Grundgeld, aber es wird Faktoren im Design. Überlegt euch mal, was es eigentlich für ein riesen bürokratischer Aufwand ist und dann muss man tausend Formulare ausfüllen und wenn man mal in dieser Schiene drin ist, ist es ganz schwierig rauszukommen, weil ihr könntet einfach sagen, okay, hier hat ihr jetzt eine Geschäftsidee, fang mal los nebenbei an, sobald ihr loslegt, wird euch wieder alles abgezogen und so. Ja, du meinst jetzt, also das, was wir jetzt haben, sowas wie Hartz IV, da ist ja das große Problem, dass das eine Art Fulltime-Job ist, Hartz IV zu bekommen und zu behalten und dass es eben auch jegliche Eigeninitiative abtötet, denn sobald man wieder einen Job hat, muss man das dann wieder verrechnen, dann bleibt nichts übrig. Das wäre ja das, was wir jetzt haben, mehr oder weniger. Und wenn man eben dann, wenn man eben dann einfach ein Grundeinkommen bekommt, was man auch behalten darf, egal, ob man sich dann sonst noch weiterarbeitet, denke ich auch, dass schon alleine das ganz viel ändern würde. Trotzdem jetzt nochmal die Frage zum Verständnis. Heißt das, dass du davon ausgehst, dass eben, wenn so etwas kommt und dadurch ein kreatives Potenzial freigesetzt wird, dass es dann eben auch weiterhin genug Leute gibt, die genug Geld haben, gut Steuern zu bezahlen. Also würde man das zum Beispiel einfach aus den Steuern finanzieren und dann die Angst zu sagen, ja mal, wenn alle ein Grundeinkommen kriegen, dann gibt es keinen mehr, der Steuern zahlt, dass die unbegründet ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die, die gute Ideen haben, da wird ja dann auch was draus, was Kapital generiert. Es ist ja nicht so, dass die dann alle nur noch vor sich hinspinnen und irgendwie in Hobbys nachgehen und es wird nichts mehr damit verdienen. Aber einer muss doch Geld sammeln, um das dann an die Leute auszuzahlen. Das ist immer so meine naive Vorstellung. Irgendwenn der Staat das ausgibt, dann muss der das ja irgendwo einnehmen. Das heißt, der Staat würde das dann dafür schon die Steuergelder benutzen, oder? Ja, aber jetzt überlegen wir uns mal, wie es die nächsten Monate, Jahre weitergehen wird. Jetzt haben wir hier Massensterben von vielen Branchen. Es wird eine Massenarbeitslosigkeit geben. Es werden jetzt schon im April meinen Berechnungen zufolge schon so die ersten Verteilungskämpfe losgehen. Ja, jetzt wurde ja einfach das Füller und ausgekippt von allen Regierungen und gesagt, okay, wir haben jetzt unbegrenzt Kredit für jeden und Billionen Milliarden Hilfspakete. Dann wird sich aber fragen, okay, wer gibt mir das überhaupt und unter welchen Bedingungen? Und dann wird die Verzettelung und der Verteilungskampf losgehen. Wem steht denn eigentlich was zu? Und wer hat was zu bezahlen? Wer hat was zu bekommen? Wem geht es jetzt besonders gut? Wem geht es besonders schlecht? Und im Grunde einfach, um die Diskussion zu beenden, weil die kann nie gerecht sein. Ja, da wird immer der Stärkere sich durchsetzen. Da wird es nie irgendwie ein wirklich neutrales Argument geben für wieder was. Das Einzige, was dann wirklich gerecht ist, jeder gibt halt das selber dass er über die Runden kommt und fertig. Ist ja dann so ein bisschen wie, korrigiere mich, ich bin leider geschichtlich nicht so fit, aber war das nicht bei der Währungsreform auch so, dass dann irgendwie gab es kein Geld mehr und jeder hat das gleiche Staatgeld gekriegt? Ja, das ist in manchen Ländern geht es dann halt so wieder los. und das ist ja auch, was ich dann immer wieder in den letzten fünf Jahren mit dem Linksruck ab 2025 beschrieben habe. Das wird natürlich dann nicht rechts und links und sozialistisch und so weiter heißen, ja, aber es wird auf eine so Art Gemeinwohlökonomie rauslaufen, wo halt jeder eine gewisse Grundsicherung hat und ja, aber man hat natürlich dann auch die Zeit und den Freiraum mehr draus zu machen. Und die meisten Menschen in der Luftepoche, die meisten Menschen werden die auch ergreifen wollen. Klar wird es auch immer einen gewissen Prozentsatz geben, die dann halt wirklich daheim einfach rumliegen, aber die Mehrheit wird es wirklich dann schöpferisch auch nutzen. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz und eine sehr, sehr schöne Aussicht für die Zukunft. Damit würde ich am liebsten schließen, aber wir haben noch ein paar Themen und auch noch ein paar Fragen, denn es wurden ja auch Ängste an uns herangetragen, also teilweise natürlich spielt das hier auch schon in das Finanzthema rein, aber wir wollen uns die ruhig auch nochmal angucken, weil die teilweise eben auch noch eine andere Dimension haben als die Finanzen. Und zwar so, erst mal so ein Satz wie Hallo Christoph, wird alles noch gut? Wir sind alle verzweifelt. Ja, ja. Wie sicher kann man sein, dass die Krise im Mai langsam überwunden wird? Das ist jetzt eine kleinräumige Prognosefrage. Oder auch, könnt ihr sehen, ob in den nächsten Jahren bis 2030 noch eine weitere Plage kommt? Oder dann, ich hoffe, Sie sagen das nicht nur, um uns zu beruhigen, sondern weil Sie davon überzeugt sind, dass es sich so entwickeln wird. Das ist auch ein guter Einlass. Dann haben wir hier M.B. Möchte gern anonym bleiben. Der hat da gleich mehrere Themen angerissen, die ihn jetzt beschäftigen. Ich sehe neue Herausforderungen, aber was wird das sein? Die Naturkatastrophe oder eine Naturstabilisierung? Die Flüchtlingskrise verschlimmert sich, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Bankencrashs oder auch eben die Änderung der Lebenseinstellung, der Lebensform Menschheit oder trifft ein Meteorit die Erde? Also, das ist so ein ganzes Konglomerat von Ängsten und Sorgen. Oder eben auch dann schlicht wieder immer wieder dieselbe Angst, hier sehr gut dargestellt von Heike. Ich bin Mitte 50 und nicht die hellste Kerze, was die digitale Welt betrifft. Meine letzten vielleicht 20 bis 24 Jahre werden bei diesen Aussichten wahrlich ein Desaster sein. Oder auch ein bisschen positiver. Hu, ich bin 60, liebe die Menschen und das Leben, den Geist, das Bewusstsein, sehe mich echt herausgefordert mit der künstlichen Intelligenz. Dass ein Mensch mit dem Netz verschmelzen soll und wird, wird mich herausfordern. Aber sie hat dann zum Schluss geschrieben, dass sie trotzdem positiv in die Zukunft blickt. Solche Ängste und Ideen wollten wir uns auch nochmal anschauen. Vielleicht eben auch verbunden mit, wenn du das möchtest, nochmal mit so einem kurzen Ausblick, was du jetzt denkst, wie sich tatsächlich jetzt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ja, fangen wir mal gleich beim Schlimmsten an. wir sind zum Meteoriteneinsturz, wo man sich fragt, was hat der jetzt mit der aktuellen Krise zu tun? Es geheißen, wo man dann so viele Horrorszenarien, Weltuntergangsszenarien und Verschwörungstheorien durchs Netz. Bitte haltet euch da einfach ein bisschen davon fern. Klar, es gibt immer wieder Themen, wo es unter anderem Verschwörungen gibt, aber es gibt nie so viele, als uns irgendwie das Internet weiß machen will. Da macht es euch nur unnötig verrückt. Ich gehe davon aus, dass es im Mai schon mal so eine erste Entspannung geben wird, aber das wird jetzt ein Auf und Ab werden und zwar eben das ganze 2020. Wir werden dann ab 2021 gibt es dann langsam so Aussichten, wo denn Lösungen sein könnten, aber dann kommen natürlich auch noch mal die ganz schmerzhaften Einschnitte und so dieses Zwischenzustand, Auflösung der alten Ära, Aufbau der neuen Ära. Bitte erwartet euch nicht, dass das innerhalb vom Monat umgeschalten ist. Das geht einfach nicht. Das wird bis 2024 rum wird es sukzessive ein Prozess sein, wo es mal besser, mal schlechter geht, wo manche von uns sich schon relativ früh da rappeln und andere irgendwie noch lang irgendwie da niederliegen und dann ab 2025, 2025, da werden wir alle merken, okay, es läuft wieder geschmeidig, jetzt läuft es wieder rund, jetzt ist das neue System, was jetzt hier aufgebaut wurde, jetzt ist es so wirklich, dass es deutlich besser ist als das alte und es funktioniert dann wieder alles. Ja, das wird jetzt wirklich bis 2024 rum Schritt für Schritt einfach ein Prozess sein und in welcher Woche dann wie, was, wo passiert, das ist halt dann wieder das übliche Rauschen, das euch auch ablenken will davon, wirklich jetzt eure Positionierung zu finden. Ja, jetzt geht es wirklich darum, überlegt euch, was ist eure Kernkompetenz, wie könnt ihr die schärfen und wie wollt ihr die nächsten 20, 30, 40 Jahre euer Leben verbringen und vor allem auch, was wollt ihr nicht mehr? Ja, also überlegt euch einfach, wenn jetzt die Welt morgen untergehen würde und das wäre heute der letzte Tag, wie würdet ihr den verbringen? Ja, mit wem würdet ihr den verbringen? Was würdet ihr machen? Was wäre euch noch wichtig? Und vielleicht aber auch, mit wem würdet ihr den auf keinen Fall verbringen wollen und sitzt der oder diejenige nicht vielleicht gerade neben euch? Also das ist jetzt vielleicht einfach so eine Frage, so ein Gedankenspiel, das euch jetzt mal ganz intuitiv helfen wird, die nächsten Tage, Wochen, Monate euch drüber im Klang zu werden. Ja, das ist der Prozess, wo wir alle durch müssen und je wenige euch dann von diesem Rauschen und medial, was ist wieder, wann, wo passiert, ablenken lasst, desto besser werdet ihr dahin finden. Ja, das ist eine sehr gute Ansage. Ich finde es auch gut, kleinräumige Prognosen im Moment eben vor dem Hintergrund sind leider eher mehr als ein Rauschen. Das ist natürlich für manche auch wichtig, wegen ihren, die wollen jetzt einfach wissen, können sie jetzt Ostern schon was unternehmen? Wie können sie die nächste Reise planen? Aber es ist trotzdem gut, wenn man eben sagt, okay Leute, das kann jetzt wirklich sein, dass diese Sachen, dass das noch eine Weile dauert, bis ihr da wieder zum Normalzustand finden könnt. Aber man hat ja auch so einen Anspruch, so eine Anspruchshaltung entwickelt. Man hat die Anspruchshaltung, dass es einem also einfach zusteht, dass man im Jahr vielleicht viermal reisen kann und dass man alle möglichen Sachen planen kann. Ich meine, es gibt andere Teile der Welt, wo die Leute nie wissen, ob sie den morgigen Tag überhaupt überleben werden. Und wir haben einfach diese Anspruchshaltung und vielleicht ist es jetzt auch mal ganz gut, wenn wir da, ja, also mit etwas mehr Demut an die Sache rangehen, auch wenn es eben schwierig ist. Also mein eigenes Beispiel, mein Mann Ray Merriman lebt in Amerika und wir wissen im Moment nicht so recht, wann wir uns wiedersehen und unsere Pläne, die wir da haben, die können wir höchstwahrscheinlich jetzt erstmal über den Haufen schmeißen, aber wir sprechen jeden Tag eine halbe Stunde über FaceTime oder WhatsApp-Video. Wir sind das allerdings auch gewöhnt. Bis jetzt kann ich es noch gut aushalten, aber ich würde das auch unterstreichen wollen, Christoph, was du jetzt sagst, dass wir uns einfach darauf einstellen müssen, dass die Welt sich insgesamt verändert und dass es vor dem Hintergrund ehrlicherweise irgendwie egal ist, was jetzt, ob es morgen oder übermorgen oder nächste Woche so oder so ist, weil ich natürlich sagen muss, für bestimmte Sachen ist das wichtig, aber dafür habt ihr ja dann auch euren Astrologen, um dann eben vielleicht das wirklich in der Beratung zu klären, auch anhand eures eigenen Horoskops. Genau, also da kann man die individuelle Antwort kann man sehr gut aus dem persönlichen Horoskop rauslesen, aber es gibt da keine Pauschalantwort. Ja. Ja, aber du siehst eher so, in so einer Fernbeziehung gerade, da wird es sich halt jetzt beweisen, die nächsten Monate, was hat wirklich Bestand und was fällt dann auseinander. Ja, auch wenn wir jetzt, wenn wir jetzt länger so einen engen Raum miteinander leben müssen, vielleicht irgendwo in einer kleinen Mietswohnung ohne Balkon, ja, in einem Land, wo es wirklich Ausgangssperre gibt, ja, haltet man sich da nur aus, kann man sich nur riechen oder nicht mehr, das ist jetzt eben die große Bewährungsprobe, in dieser Reduktionsphase und wer da durchkommt, da wird es danach umso stärker sein und eben die Frage, die hier permanent kommt, das laufen ja ganz viele unserer Fragen hier drauf raus, wann wird es wieder normal sein? Es wird nie mehr normal sein und das ist aber auch gut so, weil es wird anders sein und es wird dann eben ab 2025 besser sein, wo wir sagen, das war jetzt so ein Schock, das war so eine Krise, aber es ist so viel Unglaubliches passiert, was davor unvorstellbar war, wo die Ideen zwar schon rumgegeistert sind, aber es hat nie mehr mehr gefunden und jetzt haben wir daraus eine neue Gesellschaft da bauen können, ein neues Fundament, wo wir alle uns wieder gut aufgehoben fühlen. Wie viele Menschen gibt es denn, die die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte sich nicht mehr am richtigen Platz gefühlt haben. Das ist eine unschätzbare Chance und Gelegenheit. Darf ich dich fragen als Kollegin, welcher Konstellation du das schuldest, 2024, 2025? Ja, ich habe ja da auch im Dossier, im Zukunftsdossier, wo ja auch schon ganz, ganz viele von euch das bestellt haben, das ist einfach ein kostenloses Zip-File mit drei Artikeln von mir drinnen, einfach um es schon mal so eine erste Orientierung zu geben, bevor wir jetzt weitere Videos und so weiter produzieren können, da habe ich ja die Konstellation Katalypse 2025 genannt. Da haben wir so ein schönes Dreieck, wo der Pluto in Wassermann läuft, der Uranus in die Zwillinge läuft und auf Nullgrad Widra haben wir den Saturn-Neptun, eine Konjunktion. Ja, das wird der Beginn eben sein dann. Das hört sich sehr gut an, denn für uns Astrologen ist ein sogenanntes großes Dreieck, großes Trigon, es ist ein großer Harmonieaspekt und das passiert nicht allzu oft, dass die großen und teilweise auch schwierigen Planeten alle miteinander in Harmonie stehen. Dann, das kann ich mir denken, dass das ein gutes Zeichen ist für die Zukunft. Genau, apropos Zukunft. Also, gab es jetzt hier noch bei diesen Fragen, die ich hier zusammengefasst habe, noch etwas, wo du nochmal gesondert drauf eingehen wolltest oder war das jetzt eigentlich deine Antwort? Ja, ich denke, wir haben es eh schon ganz erschöpfend viele der Fragen besprochen und bitte schickt uns einfach sonst weitere Fragen, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben sollten. Auch bitte um Verständnis, wenn wir jetzt vielleicht das ein oder andere nicht in der Form ansprechen konnten, wie ihr wünscht. Wir werden es auch gerne nachholen. Eine Frage, die hier schon mich immer berührt hat, das ist die Frage nach den Jugendlichen. Ja, genau, die würde ich jetzt zum Schluss auch ansprechen. Da kommen wir dann zum Ende und das ist jetzt natürlich sehr wichtig. Soll ich das nochmal vorlesen, was die beschrieben hat? Wir haben hier Maria erstmal, ganz süß und auch wirklich einfach die einzig wahre richtige Frage jetzt an dieser Stelle, gibt es für die Jugendlichen etwas Wichtiges? Werden sich Schulen ändern? Das ist einfach und ich lebe mittlerweile in Südtirol und arbeite im ESF-Projekt für Schulabbrecherprävention. Das sind wirklich auch wichtige Fragen und dann hat uns die Frage einer Studentin erreicht. Claudia studiert im ersten Semester Sozialwissenschaften und Philosophie und möchte eventuell die Studienrichtung wechseln und schreibt, aufgrund der weltlichen Situation der daraus resultierenden Umstrukturierung im Geist und in den Systemen möchte ich gern von Ihnen wissen, was glauben Sie, welche Studienrichtungen ergeben sind für die Zukunft beziehungsweise welche Berufe werden in Zukunft benötigt? Sehr gute Frage und dann auch die Frage oder der Kommentar auch, aber ob die Schüler, die jetzt nicht jeden Tag etwas für die Schule tun, dann Probleme bekommen? Also nee, aus dem Modus wollten wir doch raus. Eine gesunde Selbsteinschätzung ist das A und O. Und dann schreibt hier noch Strepto-Healing, Mein Sohn genießt die jetzige Zeit Online-Schule und ist voll fleißig. Das ist die Schule der Zukunft. Viel Zeit zu Hause verbringen und um an sich zu arbeiten. Es kommen goldene Zeiten. Angst ist das Letzte, was der Mensch jetzt braucht. Also diese Sachen zu dem schönen Thema, was die Jugendlichen jetzt bewegt oder auch Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben. Ja, vielleicht mal zuerst für die ein bisschen älteren Jugendlichen, die jetzt gerade im Studium sind oder sich überlegen, was sie lernen, was sie studieren sollen. Ich denke, das wird dann nochmal ein eigenes Thema sein, aber es ist in aller Kürze alles, was Bereich Sozial betrifft, was Handwerk betrifft und so weiter. Da könnt ihr nach wie vor zukunftssicher sein. Macht es nicht den Fehler, jetzt irgendwie eine Bankkaufmann oder Bankkauffrau Lehre zu machen oder irgendwo in so eine Bürokratie reinzugehen oder vielleicht da irgendwie zu glauben, jetzt möchte ich bei der Behörde einen sicheren Job haben. Das wird eher schwierig und heikel werden, weil da wird sicher auch ein Stellen abgebaut werden in all diesen Bereichen. Wenn es darum geht, was zu studieren, also Claudia, wenn du sagst hier, du studierst Sozialwissenschaften und Philosophie, also der Blick aus der Metaperspektive, aus der Vogelperspektive auf die Dinge, dass man abstrahieren kann, dass man gesellschaftliche Prozesse einordnen kann und einen Überblick bekommen kann, das wird auch in Zukunft wichtig sein. Nicht so, wie es die BWL-Studiengänge an den Unis sind, weil da lernt man nur Kästchen und Pfeile. Also ich habe ja da selber drin promoviert, das ist eigentlich ganz schlimm und grauenerregend, wie da das Menschliche probiert wird, in Systeme zu fassen. Aber es gibt da auch Ausnahmen, außer wenn ihr schaut, zum Beispiel an der ZB-Universität in Friedrichshafen und Bodensee, die haben es hier schon konsequent über die letzten vielen Jahre Studiengänge aufgebaut, wo wir eben lernen, wieder kreativ-schöpferisch zu denken, unternehmerische Probleme mit ganz ungewöhnlichen Lösungen anzugehen. Ja, also das sind so Orte, wo ihr wirklich was für die Zukunft lernen könntest. Oder eben auch von meinem guten Freund, dem Professor Richard Weiskopf an der Universität Innsbruck, der mittlerweile dort den Lehrstuhl für Organisational Studies hat, wo man eben auch lernt, aus Sicht der französischen Philosophen, was wir draus für das Wirtschaftsleben und auch für den Personalbereich lernen können. Ja, also da gibt es natürlich schon so Leuchttürme, wo ihr auch wirklich euch für die Zukunft aufstellen könnt. Also weg vom Schablonenwissen hin zur Kreativkompetenz. Ja, weg von dem Starren irgendwelche Kapitel 1, 2, 3, 4 ausfindig lernen hin zur geistigen Flexibilität und Wendigkeit. Ja, und sucht euch da einfach wirklich gute Professoren. Ja, nicht die, die vorn stehen und ihr Skript ablesen. Ja, und das Skript, das ist schon 30 Jahre alt, sondern die, die wirklich euch begeistern können, ja, die euch Elan vermitteln können und die in euch einen Funken entfachen können, ja, die euch inspirieren, vielleicht einmal dagegen zu sein, ja, oder auch mal dafür zu sein, aber die euch inspirieren. Genau, und ich denke, ja, Entschuldigung. Ja, ich denke zum Beispiel, dass auch, es gibt jetzt wunderbare Studiengänge zum Thema neuartige und nachhaltige Landwirtschaft, zum Umweltthemen, Umwelttechnologien, neuerartige Vernetzungen, die eben auch dem Umweltgedanken zugutekommen, da gibt es unglaublich tolle Sachen, wo ich denke so, boah, das kann man heutzutage studieren, haben die Jugendlichen es gut, dass die so eine Auswahl haben. Ich glaube, dass das auch sehr zukunftsträchtig ist. Ja, genau, ja, und wie gesagt, als Ingenieur, als Programmierer, als IT-Experte, da werdet ihr auch in Zukunft einen guten Job haben, wenn euch das interessiert, ja, die meisten Menschen, die haben ja Angst vor Mathematik, aber wenn ihr da ein bisschen Zugang habt, macht es das. Ja, es ist wichtig eben, dass wir jetzt von diesem 0,1, von dieser binär-digitalen Welt hin zu einer neuen Form der Wissensorganisation kommen und von Wissenssystemen und von Technologien, die eben gerade so im Bereich Umwelttechnologien beispielsweise, ja, neue Marksteine setzen. Und das Ganze geht ja in den Schulen los, ja, und aktuell Homeschooling, ich sehe es ja auch bei meinen Kindern, also die blühen da richtig auf, endlich nicht um sieben in der Früh aufstehen müssen, endlich ausgeschlafen, sich in Ruhe hinzusetzen, sich selber das so beizubringen, wie man es selber am besten versteht, aber es wird sich da nicht frei vom Weizen trennen, ja. Ja, da wäre zum Beispiel doch auch denkbar, dass die Jugendlichen, so wie sie es jetzt auch schon machen, sie sich in WhatsApp, in Gruppen organisieren, um irgendwas zu unternehmen, so könnten die sich doch dann beim Homeschooling auch organisieren und zu angenehmen Zeiten, wenn sie ausgeschlafen sind, sich zusammensetzen, wenn sie nicht alleine lernen wollen. Da gibt es ja auch echt tolle Möglichkeiten, wie man sich mit den heutigen digitalen Medien da verbinden kann und vernetzen kann, wenn man nicht alleine lernen will und trotzdem eben ohne diesen Druck zu einer bestimmten Zeit, die immer viel zu früh ist, da in der Schule zu sitzen. Ja, und die Schulen, die schon eigentlich jetzt die letzten Jahre innovativ waren und die schon längst so Dinge wie ein digitales Klassenbuch hatten, für die, die haben eigentlich mit Freude diese Herausforderung angenommen. Ja, so ich kenne da viele Lehrer, die da richtig drin aufblühen, die dann selber Unterrichtsvideos hochladen und die Kinder schauen das an und Aufgaben geben und das dann einfach sich schicken lassen und kontrollieren. Und dann gibt es andere Schulen, an denen die Digitalisierung jetzt komplett vorbeigegangen ist und es nicht mal geschafft haben, Elterninformation rauszuschicken. Ja, das heißt, am letzten Schultag, hier habt ihr ein Blatt mit fünf Rechenaufgaben und jetzt wünschen wir euch schöne Corona-Ferien. Also auch da trennt sich die Spreu von Weiz und Weiz natürlich auch bei den Schülern. Ja, wer sind diejenigen, die wirklich ein kreatives Potenzial haben, die jetzt aufblühen, die sagen, endlich kann ich mal selber gestalten, wie ich mir das beibringen will. Da wird man, da werden manche Lehrer erstaunt sein, wie weit plötzlich manche Kinder sind und wie die sich dann entwickelt haben werden und andere, die halt jeden Tag sich denken, mache ich morgen und da wird es dann halt ein bitteres Erwachen geben. Ja, aber eben die Segen von den Ersteren, die werden überwiegen. Vielleicht ist das auch die Antwort. Als Kinder, als Eltern, überlegt es euch, zu welcher Seite ihr da dazugehören wollt. Ja, also für mich ist das auch so ein bisschen die Antwort auf unser niedergehendes Schulsystem in Deutschland, wo ja wirklich die Schulen zum Teil sind keine ordentlichen Toiletten haben und wo der Putz von den Wänden blättert und das ganze Gebäude einfach in einem armseligen Zustand ist. Vielleicht ist das die Zukunft, dass man eben sagt, okay, dann gehen wir gar nicht mehr auf Schulgebäude, sondern wir gehen auf Homeschooling, Homelearning, auf flexibles sich zusammenfinden. Denn also, da gibt es ja viele Schulen, da würde ja keiner von uns ein Bein reinsetzen. So schlimm sind da die Zustände. Das muss ich jetzt echt mal erwähnen, weil ich finde das immer wieder ganz, ganz schlimm, was da in Deutschland, wo wir so viele Steuereinnahmen haben und dafür ist dann kein Geld da, muss ich mal sagen, an der Stelle. Ja, also jetzt ist die die unwiederbringliche Chance, das Ganze auf neue Beine zu stellen. Und auch die Menschen, die Familien, die werden sich viele von diesen positiven Seiten aktuell ja danach nicht wieder zu 100 Prozent wegnehmen lassen. Ob das jetzt Homeschooling oder Homeoffice, das ist natürlich in beiden Bereichen. Ja, vielleicht gelingt es uns ja auch jetzt, wo noch der Steinbock vorherrscht, 2020, wo du gesagt hast, Strukturen, die jetzt errichtet werden, lassen sich nicht mehr so schnell rücklängig machen. Vielleicht gelingt es uns ja auch, also uns jetzt eben als Eltern oder als Betroffene im Homeoffice so eine Struktur für uns dann herzustellen und dann hinterher wirklich zu sagen, das hat sich doch bewährt, das ist doch gut gelaufen, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr ändern. Ich möchte das jetzt weiter so machen. Ich weiß nicht, ob das gelingen kann. Wäre das vielleicht eine Hoffnung oder kommen die Strukturen doch mehr noch von oben? Ja, das ist immer ein Wechselspiel. Also zumindest hier in Europa, in den Demokratien zum Glück, in China und so schaut es natürlich ganz anders aus. Aber hier bei uns, es kann nur von oben kommen, was auf Dauer von unten gestützt wird. Das ist ja das Schöne an der Demokratie und da wollen wir ja auch bleiben. Da wollen wir auch bleiben, genau. Ja, Christoph, dann denke ich, wir haben eigentlich alle unsere Themen, die wir uns heute vorgenommen, geschafft. Also zumindest haben wir jeden Themenbereich mal angeregt und wir würden uns sehr freuen, wenn wir weiterhin mit euch so gut in Verbindung bleiben können mit unseren Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuhörern und der Community. Schreibt uns weiterhin Fragen und Anregungen. Wir möchten das gerne weiter fortsetzen. Das macht uns beiden auch sehr viel Spaß und wir wollten uns die Themen auch ein bisschen offen halten. Also es gibt sehr viele Themen, ich habe ja vorhin schon angesprochen und es gibt noch einiges, worüber ich mit Christoph gerne reden würde, aber wir stellen uns gerne eben auf eure Bedürfnisse ein, was ihr für Fragen habt. Schreibt uns also entweder hier unten in den Videokommentaren oder schreibt Christoph die Mail, verlinke ich euch natürlich die Adresse und auch Christophs Homepage. Die nächste Episode ist also geplant und ich habe auch noch einige Podcasts für euch, die ich noch wichtig finde. Das werde ich auch noch verlinken. Also wir bleiben in Verbindung. Ihr könnt mit uns jederzeit in Verbindung treten. Steht alles unten in der Videobeschreibung und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Christoph für dieses tolle Gespräch. Ja, danke dir ganz herzlich, Antonia. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Ja, und ich halte euch allen fest die Daumen. Alles Gute für diese Zeit. Ja, alles Gute euch. Seid kreativ. Werdet besser in dem, worin ihr schon gut seid und bleibt gesund. Tschüss und alles Gute.